Was hast du für dich gefühlt? So viel Hunger. Was hast du für dich gefühlt? Wenn die Leute ein bisschen mitsingen und wir so einen schönen, magischen Film-Moment kreieren können. Wenn alle die Atmosphäre spüren, das ist mega schön, das ist mega cool. Ein paar haben schon die Augen zugemacht und haben es mega genossen, das ist mega schön. Was hast du für dich gefühlt? Was hast du für dich gefühlt? Giant Rooks Watershed. Es war so geil und ich habe es mega genossen. Es war mega offen und ich habe mich mega wohl gefühlt. Es ist einfach echt mega schön und ich finde auch die Welt bei mir so eine schöne Location. Es war einfach echt schön. Ich war noch nie im Quotenfestival und ich habe mich echt verliebt. Es war wirklich echt schön.